da Servus Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video heute am Dienstag und ich habe mir heute mal eine App rausgesucht die derzeit wirklich fast jeder spielt sie heißt Cookie Clicker und ich will heute einfach mal mit euch die App spielen die ist wirklich vielseitig also man kann so viele Sachen machen man drückt auf den Keks so das wäre es eigentlich auch schon gewesen wir drücken jetzt eigentlich die ganze Zeit die ganze Zeit auf den Keks genau das geht mir aber mit der Zeit auch auf den Keks und deswegen möchte ich euch jetzt einen kleinen Trick zeigen wie ihr quasi das Spiel hier für euch arbeiten lassen könnt das ganze geht eigentlich ganz einfach Kenner von dem Spiel kennen ja die Autoblicks kauft man sich einfach und kauft und kauft und kauft und kauft kosten 30 glaube ich da will ich aber lieber nicht so viele kaufen also wenn ihr die möglichkeit Möglichkeit habt dann kaufte ich einfach Power Click weil der ist einnötig besser dann klicken die ja so schön natürlich wenn wenn ihr das Spiel schließt oder wenn euer Bildschirm schwarz wird dann hört das ganze auf um das zu verhindern geht ihr einfach in eure Einstellungen oder also in eure Android Einstellungen ich zeige hier einfach mal wie man das macht genau zuerst geht ihr in eure Einstellungen dann auf das Menü Geräte also in der Rubrik das scrollt ihr einfach nach unten dann geht ihr auf Display und wenn ihr auf Display seid geht ihr einfach auf Standby Modus da gibt es die wunderschöne Möglichkeit das ist in einem Modus niemals angehen soll das heißt oder das wird bleibt die ganze Zeit an und die wunderschönen Finger klicken einfach die Garten ganze Zeit ist eigentlich eine ganz schöne Sache ich hoffe das funktioniert bei wie bei jedem ist ja eigentlich nicht gerade schwer einfach mal das ganze auf Niemals stellen und dann natürlich aufpassen wenn ihr das Handy einfach so liegen lasst dann geht es nach einer Zeit aus nicht weil euer Standby Modus eingegangen ist nein weil der Akku leer ist da würde ich euch einfach empfehlen das Handy an die Steckdose anzuschließen und dann könnt ihr das gerne die ganze Nacht durchlaufen lassen und dann wacht er morgens auf und könnt euren Freund zeigen wie geil euer Keks geworden ist ich hoffe das Video hat euch gefallen weil es ein kleines aber feines Video würde ich mal sagen und vielleicht könnt ihr mir auch sagen wie weit ihr bei Cookie Clicker seid ihr seht ja schon ich bin jetzt bei 80 Cookies ist wirklich eine gigantische Zahl ihr habt Freunde die sind bei 2 Milliarden wie weit seid ihr bei Cookie Clicker habt ihr das Spiel überhaupt findet ihr es genauso vielseitig wie ich jetzt ironisch gemeint also man klickt ja nur auf den Keks ist immer so ein Spiel wo man spielen kann wenn man gerade nichts besseres zu tun hat wie ich zum Beispiel oh ein goldener Keks wie ich zum Beispiel also wie gesagt wie gut seid ihr eure Meinung unten in die Kommentare falls ihr noch irgendwelche Fragen habt puttet in die Comments ich wünsche euch einen wunderschönen Tag eine wunderschöne Woche egal wann ihr dieses Video anguckt und ich hoffe wir hören uns dann im nächsten Video wieder See you later Alligator Und mir ist gerade noch passend zu dem Thema ein passender Witz eingefallen was ist ein Keks unter einem Baum ein schattiges Plätzchen ichone ich bin und ich kann noch nicht die 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 Vielen Dank.